Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. In Katerjahreszeit brauchen wir ein bisschen Warmer zum Essen. Deswegen, heute zeige ich euch Epsom-Suppe mit Indisch-Gewüßen und Ingwer. Diese Indisch-Gewüße und Ingwer ist eine Yang, macht unseren Körper warm. Das ist sehr gut in dieser Zeit. So, machen wir anfangen. Epsom habe ich schon über ein Ei gewechselt. Durch Eiwecken lösen Sie Schäule und Tarnine. Deswegen muss das Wasser unbedingt weg. Und dieses Wasser schmeckt nicht so gut. Essen in den Topf geben. Wasser, halbis gesatzt. Einmal aufgucken. Etwa eine Stunde Kökennasen. Was mache ich jetzt? Thie Tan! Dan-dan-dan-dan! Das Teat ist auch Yang. Das Teat ist auch Yang. Fein hacken. Und Ingwer. Reiben. Ingwer ist sehr gut in der Wienerzeit. Machen unsere Körper warm. Kokosöl in der Pfanne. Ingwer dazu. Fenkelsamen. Schwarzsamen. Ein bisschen dünsten, bis Schwarzsamen springen. Und Petersilie dazu. Und koreaner Pulver. Kurkuma. Kreuzkümmel. Alle dazu kurz rünsten. Und Sojasana dazu. Noch ein bisschen Tamari. Einmal aufgucken. Äpfel fast galen. Jetzt schneiden wir Zucchini. Würfel schneiden. Die Zucchini in den Äpfel geben. Noch mal fünf Minuten Kölken. Und das Gewürze auch zusammen. Einmal aufgucken. Und das ist eine wunderschöne Suppe. Fertig. Jetzt kann man essen. Das ist eine schöne Suppe. Schöner Aroma. Und schöne Energie. Ich wähle diese. Eine ganz tolle Kuchen. In Tiefkühler lassen. Und hier unten eine Schlüssel nehmen. Das wäre eine gute Idee, oder? Und hier unten haben eine gute Energie. Super essen. Also, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich du auch gerne. Probieren das und gib mir einen Kommentar. Tschüss. Ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.